Wir aus der Pauline freuen uns riesig, nächstes Jahr Gastgebereinrichtung der großen Tagung des BVKE zu sein. Wir in der Pauline sind seit über 100 Jahren hier am Standort, betreuen 140 Kinder und Jugendliche und haben über 200 Mitarbeiter. Liebevoll sagen wir die Pauline. Eigentlich ist unser Name Kinderheim Pauline von Mallinckrodt. Wer mit Menschen zusammenarbeitet, der hat immer ein buntes Arbeitsfeld vor sich. Wir betreuen 140 junge Menschen und ihre Familien, die uns jeden Tag vor neue Herausforderungen stellen. Wenn das nicht bunt und vielfältig ist, diese jungen Menschen stark zu machen, das ist unser Ziel. Jeden Tag. Insofern unsere Arbeit ist bunt, vielfältig und stark. Bis zum nächsten Mal.